Aloha, du wunderschöne Seele. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute mal ein Tarot Lennemont mitgebracht vom Los Garabeo Verlag mit freundlicher Genehmigung. Ganz schöne, wundervolle Karten und jetzt frage ich gern mal, weil ich weiß, dass das viele von euch interessiert oder mit einigen Anschreiben anfragen, ob ich das noch mal machen kann in dem Video. Ihr könnt auch gern unterm Deck mal, was haben wir hier, die sieben Kelche, unterm Deck mal kommentieren, was möchtet ihr mal hier wissen in den Uraken. So, und jetzt schauen wir mal, was haben wir hier noch? Sieben Kelche, der Knabe der Kelche, die neun Kelche. Oh, das ist ja hier ein Wahnsinnsgefühlsmensch, mit dem du das hier zu tun hast, der aber selber noch nicht ganz in seiner Kraft ist. Wow, ein wahnsinnig hoch angebundener, fast schon spiritueller Mensch, mit dem du es hier möglicherweise zu tun hast. Unter dem Kelch haben wir hier noch einen Mann, der mit zwei Frauen tanzt. Vielleicht kann er oder sie sich hier noch nicht entscheiden, zwischen dir und jemand anderem. Das kann aber auch alles immer für eine mögliche Einmischung durch vielleicht Familie, Mitglieder, Mutter, Kinder, die vielleicht noch beeinflussend wirken stehen, Kollegen, Freunde, Verwandte, der Job, eine schwierige finanzielle Situation. Also er ist ja scheinbar noch ein bisschen im Überlegen oder im Hin und Her gerissen sein, ne, bei manchen. Bei manchen ist es auch so, dass dein Gegenüber noch in einer Beziehung steckt und der noch hier schon dich im Herzen hat. Das kann auch gut sein, ne? So, was haben wir denn hier? Was fühlt dieser Mensch für dich und wie sieht er dich? Wir haben hier die Königin der, nicht die Königin, die sieben Kelche, aber sie sieht so aus wie die Königin der Kelche, ne? Sie sitzt dann, ach guck mal, passend zu der Faunenfeder, haben wir jetzt hier den V, das ist ja spannend. Er sieht dich wunderschön, er sieht dich als sehr schöne, grazile, galante, interessante, starke Frau an. Er sieht dich als jemand, der auch ein bisschen auf der Wolke sieben schwebt, vielleicht, ne? Vielleicht weiß dieser Mensch auch, was du für ihn empfindest, kann gut sein. Aber er sieht dich auch als jemand, der hier gut angebunden ist nach oben, in den himmlischen Sphären sich vielleicht sogar wohler fühlt als auf der Erde, ne? Vielleicht hast du so Engelskontakte oder bist du sehr feinsinnig nach oben angebunden und hast vielleicht einen guten Kontakt zur geistigen Welt oder zum göttlichen oder zum Christusbewusstsein, wie auch immer man das nennen möchte. Dieser Mensch sieht dich sehr schön, er sieht dich aber auch irgendwie ein Stück weit unerreichbar fern. Vielleicht bist du auch entfernt, vielleicht habt ihr eine gewisse Distanz zwischen euch. Vielleicht hast du dich auch emotional ein Stück weit distanziert von diesem Menschen, weil er vielleicht hier noch in anderen Systemen oder sonst wie unterwegs ist oder gebunden ist. Das kann ja gut sein. Er sieht dich hier aber als sehr, sehr schönen Menschen, als sehr reinen, liebevollen Menschen, vielleicht auch tierlieb. Du hast auch hier eine gewisse erotische Ausstrahlung, sie hat hier einen, den einen nacklichen Arm so. Und du hast hier auch das Zepter in der Hand, also du bist hier jemand, der auch weiß, was er will. Und du bist hier auch schon ganz klar fokussiert auf deinen Weg, auf deine Richtung. Dieser Mensch kommt oder möchte nun etwas zögerlich zwar, aber hier mit einem Angebot, mit einer Einladung, mit einer Chance auf dich zukommen. Ihr guckt hier, wenn wir das mal so sagen können, dass du das bist und dass das dein Gegenüber ist. Das kann auch alles umgedreht sein, das kannst auch du sein. Vielleicht wenn du als Mann guckst, kannst auch du das Er sein. Und das ist hier der Mensch, für den du schaust. Dreh dir das um, wie auch immer hier du ausgerichtet bist. Das kann, das ist ein allgemeines Orakel, das kann ja mehrere Ebenen ansprechen deines Lebens. Ihr schaut hier aber interessanterweise in dieselbe Richtung. Ihr seid hier auch beide in einer Transformation, die aber schon, ich sag mal, relativ weit fortgeschritten ist. Also ihr seid hier nicht gerade im Ohrschleim, noch im tiefsten Tal, sondern ihr seid hier schon euch am Freischaufeln aus beschränkenden Systemen, Mustern, Vorstellungen. Ihr wollt auch beide die Freiheit leben, ihr wollt auch die Schönheit und die Liebe in Freiheit leben. Und ihr könnt euch auch vorstellen oder wollt eigentlich beide oder schrebt das beide an, euch auch hier in der Öffentlichkeit zu bewegen, im Park zu spazieren, euch zu zeigen miteinander, die Gefühle auch öffentlich zu zeigen, der öffentliche Park, die Gefühle. Jetzt muss ich mal ganz kurz, das Rächerstäbchenstück wird weg, weil sonst kriege ich hier was, halte ich hier beim Stuhl. Okay, also ihr guckt hier auf jeden Fall beide in die vielleicht auch Neuausrichtung. Wir haben ja auch den herbstgefärbten Baum. Ihr liegt auch energetisch hier nebeneinander. Ich nehme das jetzt beide, obwohl das keine klassischen Personenkarten sind. Aber es kommen ja beide als so Facetten von euch rein. Deswegen nehme ich euch das jetzt mal hier so hin. Es kann sein, dass er sich hier noch aus Gebäuden, Konstrukten, Haushalt, Arbeit, selbsterschaffenen Mauern, das ist ja wie so ein Elfenbeinturm, eine ganz sichere Burg. Interessanterweise hebt er schon seine Hand in die Richtung und sagt so, nee, nee, lass mal. Ich gebe jetzt meine altgewohnte Sicherheit auf. Das liegt ja hier auch ein bisschen schon im Dunkeln. Ich richte mich jetzt neu aus. Ich habe hier eine Münze in der Hand. Also eine Chance, eine Möglichkeit. Er sieht hier auch in eurer Verbindung eine Möglichkeit auf eine große Entwicklung, eine große Chance. Auch mit Sinnlichkeit. Wir haben hier den Springbrunnen. Da sprüht und plätschert das Wasser die Gefühle raus, die Emotionen. Wir haben hier die nackte Skulptur im Vordergrund. Eigentlich wollt ihr beide das Gleiche. Ihr guckt hier beide in die gleiche Richtung. Ihr liegt energetisch nebeneinander. Vielleicht traut ihr euch noch nicht ganz, euch anzuschauen, euch das zu sagen, euch aufeinander zu beziehen. Im Hintergrund haben wir hier noch ein paar Wolken. Wolken, Wolken, Wolken. Die Wolken stehen auch immer ein bisschen für Unklarheiten. Vielleicht stehst du hier auch noch ein bisschen im Nebel, was das hier alles angeht. Was ja auch die Gefühle deines Gegenübers angeht. Und das hat ein bisschen damit zu tun, weil er sich oder sie sich hier noch aus alten Mauern, Festungen, selbst erbauten Konstrukten oder von anderen auferlegten Konstrukten hier raus bewegt. Er steht ja schon aber auf dem Weg und möchte jetzt hier schon mit seinem Angebot, ne, ihr schaut ja beide in die Richtung. Du fliegst ja hier mit deiner Wolke dahin. Er läuft ja den Weg hier hin und ihr möchtet eigentlich beide in diese Schönheit kommen miteinander. Wir haben ja die Pärchen, die hier im Park spazieren gehen. Ihr möchtet die Schönheit, die Liebe, das Lustwandeln miteinander leben, erleben. Vielleicht habt ihr auch Tagträume voneinander. Das kommt gerade so rein. Vielleicht versinkt ihr ja immer wieder in Tagträumen. Hier kann es sein, dass, also hier kommt so eine ziehende Energie rein, dass da vielleicht noch jemand dran zieht. Eine Ex-Frau, eine Frau, eine Nebenbuhlerin oder Nebenbuhler, je nachdem, als was du hier schaust oder als wer du hier schaust. Aber da legt er eben schon seine abwertende Hand in die Richtung und möchte eigentlich in die Richtung schauen und gehen, in die auch du gehen möchtest. Vielleicht wollt ihr auch gemeinsam hier hingehen. Die Neun ist ja auch eine göttliche Zahl. Das kann auch sein, dass das hier von oben ein Stück weit bestimmt ist, dass ihr euch jetzt momentan zusammen oder jeder ein Stück weit für sich im Transformationsprozess befindet. Der Schmetterling ist ja auch immer ein Stück weit die Transformation. Und hier haben wir wieder das Faunauge drauf. Das ist ja, das ist Tagfaunauge, glaube ich, heißt hier. Ihr habt beide aber auch ein bisschen Angst, dass es mehr eine Trugvorstellung ist, als dann eine tatsächliche lebbare Realität. Oder dass ihr euch das schöner vorstellt in euren Gedanken, als es dann tatsächlich lebbar ist. Das ist auch bei beiden der Fall. Das ist so ein bisschen eure... Also eigentlich seid ihr voller Tatentrank, Illusion, Lebensfreude und guter Hoffnung, guter Dinge. Im Hinterkopf aber ein bisschen was ist, wenn das jetzt doch nur eine Wunschvorstellung ist. Das schwingt ja auch bei beiden mit. Sehr spannend. Ihr spornt euch etwas oder ein bisschen gegenseitig an dabei in eure Kraft, in eure Schönheit. Das ist ja auch beides von oben abgesegnet. Also er zeigt in den Himmel, er zeigt in den Himmel. Und dein Gegenüber ist ja gerade momentan nicht ganz so geerdet. Zwar schon dabei in die Kraft zu kommen, in die Stabilität zu kommen. Alle Elemente, Gefühle, Tatentrank, Chancen, Verwirklichung in sich zu vereinen. Kann aber sein, er hat oder sie hat ja noch etwas zu erledigen, zu tun. Hier haben wir den Schleier der Macht, vielleicht auch viele Aufgaben, die man hier mitzieht oder was eben noch das alles schwer macht. Oder Dinge, die man eben hier noch lösen muss mit den drei der Kälchen. Und dennoch hat er hier den Stab schon in der Hand. Er sieht ein bisschen so aus, als würde er unterdrückt werden oder fast erdrückt von seiner ganzen Macht, von seinen ganzen Erwartungen, die auf ihm auf seinen Schultern lasten. Er hat ja einen riesengroßen Mantel an und er ist so eingeschnürt in diese ganze, ja, vielleicht auch ein gesellschaftlicher Druck oder ja, der auf ihn lastet. Erwartungen, die er oder sie eigentlich gar nicht mehr erfüllen kann oder möchte. Er ist ja auch schon aufgestanden aus seinem bequemen Stuhl. Dieser Mensch möchte eigentlich die Komfortzone ein Stück weit verlassen. Hat ja den Stab seiner eigenen Macht schon in der Hand. Und möchte vielleicht auch gewisse Sicherheiten abgeben. Hier liegt so dieser Reichsapfel der Macht, der liegt aber schon hinter ihm. Und er schaut hier wieder auch in die Richtung, in die ihr schaut. Ist aber hier momentan noch kopfstehend, weil hier wahrscheinlich noch einige Sachen zu erledigen sind. Herausforderungen oder Sachen, die noch hier an diesen Menschen ziehen. Weil es gerade so reinkommt und weil wir gerade beim Ziehen sind, kann auch sein, er hält hier so die Hand über so ein kleines Männchen. Ich hatte es gestern schon wieder in der Reise, da war es auch schon wieder so, dass da energetisch gearbeitet wurde. Deswegen finde ich diesen Trend sehr fraglich und zweifelhaft, der hier gerade so bei vielen so aktuell ist, dass man beim Gegenüber das Herz öffnet und irgendwelche Sachen löst und so. Manche gehen ja dann noch darüber hinaus und machen irgendwelche Liebeszaubergeschichten. Ich hatte es gestern bei einer Klientin, da war auch wieder wie so ein schwarzes Seil um den Hals gewickelt bei der schamanischen Seelenreise, die ich für sie gemacht habe. Und das durfte ich dann entfernen, Gott sei Dank ging das auch. Manchmal wird da sogar schwarzmagisch gearbeitet. Es kann ja bei einigen sein, dass hier auch jemand Drittes an diesen Menschen zieht, daran gearbeitet hat, auch vielleicht manipulativ gearbeitet hat. Es muss jetzt nicht nur energetisch, magisch sein. Es kann auch einfach manipulativ sein, so mit Überredung und Bezürzen und schöner Schein, sowas. Oder Sexualität, Krokettarie, sowas. Gut, also ich würde es, wie gesagt, keinem raten. Ich kann es auch gar nicht oft genug sagen, weil das einfach auch dein Karma versauen würde, wenn du hier bei jemand anders arbeitest. Ich mache sowas auch nicht. Manchmal kommen so auch Fragen, ob ich beim Gegenüber was machen kann und so. Nein, 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 mache ich nicht. Da ist mir mein Karma selber zu schade. Ich möchte auch nicht, dass jemand in meinem Energiefeld was arbeitet. Man weiß auch nie, ob die Menschen, manche sagen dann, ja, aber es ist doch zu seinem Besten und dann werden ja die Blockaden gelöst. Man weiß aber noch nicht, ist dieser Mensch überhaupt emotional schon so weit, seine alten Muster aufzugeben. Da wird vielleicht dann was freigesprengt, was dieser Mensch nicht handeln kann. Das kann richtig nach hinten losgehen, bis hin zur Krankheit. Naja, gut, also ihr wisst ja schon, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Es kann ja aber sein, dass das hier der Fall ist bei manchen. Das kommt ja so rein, weil er hat ja so diese Zauberhand so über dieses kleine Männchen gestülpt. Wenn das ja nicht der Fall ist, wenn hier auch niemand ist oder so, der hier daran rumziehen kann, das kann auch nur eine Manipulation sein oder ein sehr starker Geist. Er hat ja einen sehr starken Willen, der dieses kleine Männchen festhält, weswegen er ja vielleicht noch Kopf steht, nicht geerdet ist. Das Ganze kann auch für dich stehen. Es kann auch sein, dass hier jemand noch an dir rumzieht, wo du dich vielleicht schon lösen möchtest oder wo du schon merkst, was ist es eigentlich nicht. Dieser Mensch kann aber so subtil an dir rummanipulieren, dass du es vielleicht gar nicht merkst oder auch, was weiß ich, mit starken Wünschen. Also wer einen starken Willen hat, ein starkes Ego hat, kann auch mit sehr starken Wünschen da was reinwirken. Kann auch alles für dich stehen. Schau, dass du dich da aus solchen Sachen befreist. Manchmal zeigt es dir in den Reisen auch einfach wie so ein Seil um den Hals. Wenn jemand so energetisch so stark festhält, Liebe lässt irgendwo los, Liebe lässt frei. Weil wirkliche Liebe lässt einfach fließen und zu, was dran ist und los, was gehen möchte. Auch für dich, wenn du jetzt merkst, da ist jemand, der eben partout nicht mit dir zusammen sein kann oder will, dann versuch wirklich vielleicht loszulassen zum Wohle aller, weil sonst wird das wahrscheinlich noch ein ewig langes Drama und Schmerz für alle möglichen Beteiligten. Diese Verbindung, weil er zeigt ja hier direkt auf euch, der Zauberer ist ein Stück weit von oben eingefädelt. Wo haben wir die Wolken, die göttlichen Sphären haben euch hier vielleicht entweder schicksalshaft oder karmisch zusammengeführt. Und ihr müsst euch jetzt ausbaden. Ihr kommt dadurch in eure Themen, ihr kommt dadurch hier in eure Transformation mit den Schmetterlingen. Die geistige Welt ist mit euch. Auch Karma ist jetzt nichts, was dir schaden möchte, sondern das sind ja alles Lernaufgaben, wo du wieder wächst, wo du was aus altem Leben vielleicht noch aufarbeiten kannst. Manchmal kann man es in den karmischen Reisen auch lösen, das Karma, was dich noch belastet. Auch mit einem anderen Menschen, da arbeite ich auch nur an deinem Feld. Manchmal kann man es lösen, manchmal wird es dann auch leichter und fließt besser. Das Ganze ist eigentlich schon dafür vorgesehen. Hier haben wir wieder die geistige Welt, die ist noch hoch spiritueller. Diese Karte als der Magier. Der Magier hat etwas Mystisches, das steht auch für eure Verbindung. Ihr fühlt euch mystisch, auf magische Weise zueinander hingezogen. Das kann schon sein, dass du selber schon mal gedacht hast, mein Gott, wurde ich hier verhext, verzaubert. Es kann wirklich sein, dass diese Anziehungskraft so stark ist zwischen euch und die Liebe und eurer Herzen, sich eigentlich wie Magnete zueinander ziehen und bewegen wollen. Dass dir das manchmal schon gruselig vorkommt. Gerade Zwillingsseelen, Dualseelen, Verbindungen sind wahnsinnig intensiv. Das kann auch kein Mensch nachvollziehen, der das nicht erlebt hat, was für eine unglaubliche Anziehungskraft das ist. Natürlich ist man auch, wenn man jetzt verliebt ist, sehr stark zu dem anderen hingezogen. Aber es ist nochmal eine andere Ebene. Es kann ja sein, dass wirklich die göttliche Welt, wir haben hier die Sterne, die spirituelle Welt, die schicksalshafte Entwicklung hier, er zeigt auch wieder zu euch interessanterweise, hat auch die geistige Welt, hat eure Transformation im Kopf hier. Das Ganze geschieht zu eurem Wohl. Für einige ist es so, dass dein Gegenüber sich nicht aus diesen Fängen befreien kann. Kommt gerade rein, das ist aber ein kleiner Teil. Für andere ist es so, dass hier die geistige Welt, auch du und auch dein Gegenüber hier sich aus dieser Manipulation oder noch Pflichten, sonst was hier raus oder Inneren, das kann auch alles sein, wenn da nichts ist, was diesen Menschen hält, dass das alles selbsterschaffene Mauern sind, dass das vielleicht auch Erziehung ist aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Weswegen ihr dein Gegenüber immer noch wartet oder strauchelt oder sich nicht traut, vielleicht auch schüchtern ist oder sie ja nicht aussprechen wagt. Er kommt hier gerade in die Kraft. Er wird aber durch eure Verbindung auch zum Herrscher. Er kommt ja in die Kraft oder sie. Auch du kommst ja in die Kraft. Jetzt momentan fühlt es sich vielleicht noch nicht an so ganz, aber es wird hier immer mehr in das Loslassen, in das Fliegen gehen. Lass auch manchmal jemanden los, dann kannst du auch wieder mehr zu dir kommen, dich mehr wieder auf dich konzentrieren und wieder frei sein und auch in deine Kraft kommen. Und dann kommt schon der richtige Mensch an deine Seite. Man muss nicht selber Gott spielen müssen, wenn es nicht für dich vorgesehen ist, dann ist es halt einfach nicht so. Dann ist es manchmal eben leider auch nur ein karmischer Lernpartner bei manchen. Und du denkst trotzdem, und es fühlt sich so an, als wenn ihr zusammengehört, weil ihr eben schon 20 Leben zusammen gelebt habt mit Familie, Haus und Hof. Es ist dennoch manchmal so, ich muss mal kurz, boah, ein bisschen Energiespray hier. Ich mache jetzt so selber mein Auraspray mal. Oh, weil das sind schwere Energien bei manchen. Und manche sind hier auch sehr schwer im Prozess, in der Transformation. Ich würde dir auch immer wieder raten, auch dich positiv auszurichten, zu beten. Danke, Erzengel Michael, dass du mich beschützt. Danke, der Erzengel Samuel, dass du unsere Liebe beschützt. Danke, ihr Engel, dass ihr diesen Menschen beschützt. Nicht rummanipulieren, du kannst aber für ihn beten. Du kannst wünschen, dass er oder sie in die Kraft kommt. Das Ganze ist wahnsinnig hoch angebunden. Wir haben hier zweimal sehr hochspirituelle Karten, die sie hier gezeigt haben. Was haben wir denn hier noch? Es muss manchmal etwas sterben, aber das passt. Hier muss manchmal etwas sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Wir haben hier den Tod. Der Tod steht jetzt nicht unbedingt für einen physischen Tod, sondern eher dafür, dass hier etwas Altes abgeschlossen werden muss. Weil er guckt noch in die Vergangenheit. Auch er, weil er noch Kopf steht, guckt noch ein Stück weit in die Vergangenheit, aber ist schon auf dich ausgerichtet. Hier muss das Alte noch sterben, die alten Unklarheiten, die Unsicherheiten. Damit hier, ist eigentlich total interessant, ihr seid hier so ein bisschen noch der Ritter und ja, die kleine Prinzessin so in etwa. Wenn ihr hier durchsackige Vollkörpergänsehaut durch diesen Prozess, also das ist bei manchen sogar ein sehr tiefgreifender, energetisch anstrengender Entwicklungsprozess und Wachstums- und Erweckungs- und Erwachungsprozess. Manche werden auch erweckt durch diese Schmerzen, die hier durch diese Leidenschaft und Sehnsucht entstehen, wenn du durch bist durch diese Geschichte. Und bitte bleib immer im Vertrauen und komm hier nicht auf dumme Gedanken. Dann kommt ihr hier beide in, den Herrscher und die Herrscherin. Die alle Qualitäten in sich vereinen und die hier auch nebeneinander, eigentlich ist es ja so, sie kommt ja nach ihm, nebeneinander sich zugewandt. Sie hat ja auch diesen wahnsinnigen Mantel der Macht. Ihr werdet durch diesen Prozess, wenn ihr da durch seid, das ist wahnsinnig anstrengend und ich kenne das selber auch. Ich habe mich auch viel mit solchen Themen beschäftigt, weil ich kenne diese wahnsinnigen Geburtsvene und anstrengenden Transformationsprozesse und ich weiß aber auch, dass sie einen wahnsinnig in die Kraft bringen können. Wenn du hier nicht ins Opfer gehst und verzweifelst und denkst, die ganze Welt ist doof und alle wollen nur was Schlechtes für dich, auch die geistige Welt, warum, lieber Gott, tust du mir das an und sowas. Damit du hier in deine Kraft kommst, deswegen geschieht dieser Prozess gerade auch bei deinem Gegenüber. Ihr bringt euch gemeinsam hier in eure Kräfte und ihr wollt auch gemeinsam eure Kraft zusammenleben und für einige wird es hier tatsächlich auch stattfinden, dass der Herrscher und die Herrscherin hier gemeinsam von oben abgesegnet, eine Liebe in der Öffentlichkeit, in der Natur, in der Liebe, in der friedlichen Gemeinschaft, weil wir haben ja ein paar Leute noch rumlaufen oder Familie, dass ihr das tatsächlich leben dürft. Noch haben wir ihn hier so stehen, Kopf, ein bisschen wieder gehängt, vielleicht kann er gerade nicht wirklich agieren, weil er noch irgendwo festgehalten wird durch irgendwelche Sachen, aber da geht es hin, in die Herrscherin, auch wieder in das Gefühl, dieser Mensch wird wieder in sein Gefühl, in ihr Gefühl kommen, vielleicht war er oder sie in der letzten Zeit da etwas abgeschnitten. Es möchte hier aber wieder das Gefühl, ich lege euch mal aufeinander hier, am besten mal so. Es kann sein, dass ihr hier vorher noch mal durch ein paar Schmerzen durch müsst oder eben da etwas Altes absterben muss, etwas Altes, Gewohntes verlassen werden muss, damit das hier gelebt werden kann. Und das sind wirklich wunderschöne Energien, die hier gelebt werden wollen zwischen euch. Ich ziehe mal noch welche vom Schamanischen Lichtwege für Seelenpartnerprozess-Kartendeck. Das ist mein eigenes Kartendeck. Ja, hier haben wir auch noch mal die Transformation, das passt. Metamorphose Seelenanteile. Kann auch sein, dass ihr hier durch alte Schmerzen, Kummer, Kindheitsthemen, hier Seelenanteile sogar verloren habt. Wichtig ist auch immer, dass ihr euch gut erdet, dass ihr euch hier, haben wir noch mal die Schattenthemen, Schattenanteile, Ängste, Loslassen, Heilungsarbeit. Das ist, das kommt hier auf diesen Transformationskegel drauf. Das sind einfach noch ein paar Schattenthemen, die ihr euch hier spiegelt oder wo dein Gegenüber oder du euch eben noch rauswurschteln dürft. Und hier vielleicht ist er oder sie noch in Co-Abhängigkeiten. Das Ganze kann ja auch für Süchte stehen. Muss nicht jemand ein anderer Mensch sein oder Arbeit, Workaholic, sondern es kann auch Süchte stehen. Da gibt es tausend verschiedene Süchte, in die man verfallen kann. Auch Konkurrenz, Ablenkung, Masken. Hier ist vielleicht jemand noch nicht ganz so ehrlich mit sich, weil man muss ja natürlich auch in den Spiegel schauen. Vielleicht bist du auch jemand, der andere Menschen sehr spiegelt. Da gibt es Menschen, die haben wahnsinnig viele Spiegelneuronen und können gar nicht anders als anderen die Themen zu spiegeln. Und das Ganze ist ja dennoch schicksalshaft, göttlich geführt und auch beschützt. Also Gott sei Dank. Genau, hier haben wir nochmal die Erdung. Das Wurzelschakra ist gerade ganz wichtig. Pachamama. Immer wieder mit der Erde verbinden, mit den Naturgeistern, mit der göttlichen Sphäre. Weil viele sind sehr sensibel und kriegen ja sehr viel immer rein. Genau, und hier haben wir nochmal die karmischen Verstrickungen. Es kann sein, dass dein Gegenüber tatsächlich noch mit dem karmischen Lernpartner zu tun hat, wo er sich oder sie sich gerade noch rauslösen darf. Oder Lernaufgaben generell. Auch wenn du selber hier ins Drama kommst, bitte auch immer die Beteiligten um Vergebung. Umso mehr darf hier heilen, umso mehr darf hier in die Kraft kommen. Und hier haben wir nochmal die Schutzengel, aufgestiegenen Meister, die mystisch-spirituelle Verbindung. Also diese ganze Geschichte ist hier absolut göttlich, gesegnet und beschützt. Das haben wir mehrfach. Deswegen brauchst du hier gar keine Angst haben oder auf irgendwas erzwingen. Denn das Ganze ist sowieso, geht ja in der Gänsehaut, von oben gesegnet und geführt. Denn Gegensätze ziehen sich an. Ihr seid hier wie Ying und Yang. Ihr habt eine wahnsinnig starke Anziehungskraft. Trotz, dass ihr vielleicht teilweise auch sehr unterschiedlich seid. So, jetzt frage ich noch, welche geheimen Sehnsüchte hat ihr denn gegenüber mit dir für dich? Wovon träumt er oder sie in der Nacht? So, das sind halt viele Karten. Ja, wir haben hier, wie viel lustigerweise so, hier haben wir wieder den gehängten Mann. Das ist so, als wenn er oder sie ja manchmal nachts von dir träumt, dich zu fesseln, dich zu binden. Für manche, die hier auf solche Geschichten stehen, kann sein, dass er manchmal gerne Macht oder Dominanz über dich hätte. Aber es genauso mag, wenn ihr einfach hier ganz liebevoll nebeneinander seid. Es ist ja wie so ein Abhängiger. Manchmal möchte er vielleicht hier von dir naschen. Also, das ist ja schon wie so eine verbotene Fruchtvieh. Das hat man letztens schon. Er kann aber noch nicht so. Vielleicht bist du wie so eine Praline im Porzellanladen. Aber er oder sie kann noch nicht genau das alles leben, wie er oder sie das möchte, weil hier vielleicht noch ein paar andere Sachen sind. Und am liebsten möchte er immer wieder den Ritter, nee, das ist der Ritter der Stäbe, möchte er mit dir auf und davon dich hier kapern, schnappen und mit dir hier in die Wildnis reiten und von allen Kummern und Problemen weg. Das wünscht er sich oder sie sich manchmal mit dir einfach auf und davon zu galoppieren und alle Ängste und Sehnsüchte hier oder Gefangenheiten, Befangenheiten auch zu lösen. Die Königin der Stäbe, da haben wir hier eine wahnsinnig temperamentvolle, also er sieht dich hier sehr rassig, leidenschaftlich, temperamentvoll, eine absolute Versuchung, eine Verführerin, ein Verführer. Also er weiß um dein Feuer, um dein Temperament und er oder sie weiß auch um das Feuer, was hier in deinem Schoß lodert, möchte ich was mal so sagen und was ja auch zwischen euch brennt und das macht ihn irre. Guck mal, er kann ja gar nicht irgendwo anders hingucken, er ist ja wie gebannt und er hat ja wie so seine Fesseln schon abgelegt und möchte sich befreien, um ja mit dir durchzubrennen. Vorher dürft ihr noch ein paar Schattenthemen anschauen. Ihr seid aber göttlich geführt, du bist göttlich beschützt, wenn du hier selber, es kann auch alles für dich stehen, dass du hier in dieser Co-Abhängigkeit mit einem toxischen Lernpartner bist, dann schau, dass du dich ein bisschen rauswickelst. Das kann bei manchen auch sein. Und für die anderen ist es hier ein absolut göttlich beschützter Seelenpartnerprozess. Ich bete dir jetzt von Herzen für dich, wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute, viel Kraft, viel Glück und Segen in deinem Leben und in der Liebe. Ich bin auch gern für dich da. Unter dem Video sind noch ein paar Infos zu den schamanischen Seelenreisen. Ich bin allerdings dieses Jahr schon fast komplett ausgebucht. Ich sage es gleich dazu. Aber ihr könnt dann auch nachfragen. Von Herzen alles Liebe, ich bete für dich und danke dir von Herzen fürs Zuschauen, für dein Interesse, fürs Abonnieren vom Kanal. Da freue ich mich total drüber und ganz doll über eure Kommentare und über die Likes zum Video. Danke, danke, danke. Ihr könnt mir auch gern kommentieren, was ja eure Fragen sind für das nächste Video. Vielleicht kann ich da mal drauf eingehen. Und ich freue mich natürlich auch gern über eure Wünsche, über eure lieben Botschaften und Segens und Herzenswünsche. Das ist ganz, ganz lieb von euch. Wer hier sich immer traut zu kommentieren, ich finde es total goldig von euch. Und danke euch von ganzem Herzen. Bis bald, eure Schamannas.